ja hallo und herzlich willkommen ich bin meccammergull und willkommen zu dead by daylight juhl wieder mal und der exodus ist wieder am start ja es geht voran wir sind wieder voll dabei weil es wieder richtig spaß macht fehlt nur noch saftgeil der alte homo wenn du siehst doch geil du bist ein homo wir sehen das wir sehen dass wenn die runde los geht ja krankenhaus jung warum sind frauen nicht so ne zocker wie wir männer ich kenne eigentlich keine einzige rolle die in den ausmaße sie irgendwelche männer zocken ich bin hier bei so einem rollstuhl wenn du mich suchst oder hier bei so einem kranken betten ich habe einen generator gefunden ich habe es bei dir gehört schon noch scheiße er hat eingetrockener erholt mich erholt mich erholt mich gut 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 ja schlecht ey dieses neue item was ich genommen hab das sind mal cool für den arsch ey er sollte mich eigentlich warnen wenn der gegner ach ne der war ja umgefahren ok alles klar du hängst äh sind welche bei dir in der nähe ja aber er braucht eine zeit bis er sich wie er sichtbar macht er ist bei mir drin ja ich ja aber das ist doch scheiße jetzt ist ein bisschen weiter weg er kommt er kommt immer zurück was heißt das für ein camper weg ok warte ich habe jetzt ein generator fertig dann komme ich ich bin hier wo die bücher egal und so sind ich bin oben in der mitte brein hier bei diesen ich weiß wo ja das sehr risky hast du einen der dich heilt oder irgendwas ich bin hier wo die bücher und so sind weiß ja ich bin wieder heile bleib am besten da oben und check die lage dessen keller bestimmt da hinten ist ja auch der keller ist auch bei mir sehe ich gerade ich sehe den treppenabgang hier ich bin gleich wir haben generat auf hell ich weiß nicht kann seine kiste durchsuchen da oben sind noch kisten wo eine ist meistens so meine kiste ich habe die hasenlady hatte ich schon ewig nicht mehr also ich gehe mal im keller unten und suche meine kiste durch gut ich gehe ich bin oder ja ich habe ein gelbes medikett geil geil in der mitte bei mir auch verkackt ich komme jetzt bestimmt wir sind kämpfer wegs ende also der kämpfe schnippe lassen da kommt er schon ja er steht da wie so ein bill netter hau ab alle ja gut dann lasse ich dich dann lasse ich die sterben tschüss ich bin genau auf dem anderen ende brennen genau gegenüber am generator beim anderen ausgang bin ich okay ich bin jetzt hier bei den da eine mittel aber ich glaube das ist nicht so intelligent der kommt jetzt bestimmt hier bitte ist immer scheiße eigentlich ja na obwohl du kannst ja immer hochlaufen weißt du ja aber wenn er die ganze zeit ist und so ist er auch scheiße kann der mörder oder killer eigentlich unbegrenzt unsichtbar sein unbegrenzt unsichtbar er wenn er bei dir ist ist er auch bei mir hat sie unsichtbar gemacht warum ach das kommt von dir jetzt ich bin hier beim ausgang bei den generator ich bin hier bei den geist eigentlich der ist eigentlich auch einmal hat sie ihn geblendet ne die hat vor ihm die palette umgestoßen ach so dann hätte ich auch fallen und ich bin im keller ich bin im keller gelandet und ich bin im keller gelandet und jetzt hängt er mich hier unten auf ja du warst der erste wieder und er kennt bestimmt ne ich höre ihn auf jeden fall er hat sie unsichtbar gemacht ja der bleibt da unten stehen dieser faschist jetzt hat er sich wieder sichtbar gemacht ah sie alle ich hab so einen Herzschlag immer noch also ich glaub der blockiert den Eingang rein wir brauchen ja nicht reden jetzt na ok ich höre seinen Herzschlag du opferst dich für uns ja aber was ist das mit einem wichsermann das schwimmel ist so macht er Punkte weißt du ja fürs campen sollten sie Punkte abziehen das kann man nicht so schwer sein ein 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 ja jetzt ist er bei mir wieder ey der geht die Treppe mal runter das kann man nicht so schwer sein wenn man ein Programm zu installieren im Spiel was er kennt wenn jemand einfach nicht wenn er einfach nicht von seinem Opfer loslässt dass man ihm einfach die Punkte abzieht ja sollte man mal eine E-Mail schreiben aber ich kenne kein Englisch zumindest gebrochen und er hat schon die nächste damit hat er folgt weil die Leute versuchen nicht zu retten weißt du ich hab gerade mal du hast glaube ich nicht viele Punkte ne so Generator geschafft oder sie boah super 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 ja ist mir so leicht gesagt aber wir wetten die Klappe ist genau in der Mitte da wo diese komische wo diese Bibliothek ist wo die ganzen Bücher sind wo dieser einzelstehende Generator in diesem kleinen Raum drin ist kann möglich sein aber meistens ist die Luke immer ich hab schon mitgehebt dass die Luke immer in der Nähe von irgendeinem Ausgang ist etwas davon so abweichend was willst du eh nein nein was da was da nein oh scheiße ey der Witz hat auch noch Erfolg mit seiner Klappe ne ja das gibt's voll spuky aber ich bin ihn entkommen ja ähm versuch mich zu heilen ja aber besser nicht von so einem Generator der noch nicht läuft das ist nämlich nicht so schlau oh hier laufen so viele noch nicht ich würd's ja gerne machen aber der hat sie unsichtbar gemacht hat Spaß bestimmt ja aber so kennt man ja trotzdem dem wackelt ja äh das Bild so ein bisschen ja so wo ist diese scheiß Klappe Luke da gehen Luke da war ein Totem manchmal sind die auch hier draußen ne 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 hab ich noch nicht gesehen eigentlich oh nein ich wollt ich wollt das Totem das ist aber jetzt läuft sie dahin da war ne Piste da war ne Piste da war ne Piste wir haben uns nö nö guck mal rechts guck mal rechts guck mal rechts guck mal manchmal ist ja auch einfach so auf dem Weg diese Pistluke aber ich weiß dass sie immer in der Nähe von von Generatoren äh ach nicht doof von Ausgängen sind klingelt das gerade bei mir hast du das gehört ne ne da war auch nichts das hört sich so als wenn es bei mir geklingelt hätte aber das würdest du ja hören ne ja das hat mich schon nichts gehört hm hm hallo du musst es ja eigentlich hä sie kann ja nicht soweit sein ey ich mach jetzt einfach den Generator suche jetzt hier nicht auf krampf die ps luke der haken ist gott sei schon weg der steht bestimmt unsichtbar an der luke und das ist ein kleiner strich spuki ist voll spuki hier im krankenhaus ja was willst du machen jetzt auf die schnauze jetzt soll mich in ruhe lassen scheiße und das dings alle verdammt ich habe ich habe mal runter hast du noch irgendwo gesehen kämpfen da war jenny dies bock ich dass ich mit dem spiel willkommen eine aufnahme zurück zurück aber das sieht man nicht erfolgreicher abschluss und damit werden wir das video erfolgreich regekloppt ja war geil yeah ja ja